So, die die mir auf Facebook folgen, die wissen es schon. Also ich mache jetzt die Flutealian Diet quasi, weil ich mich damit am besten fühle auch momentan und weil ich gemerkt habe, dass Grünzeug jetzt in jedwägiger Form mir nichts mehr bringt. Meine Regeneration verbessert sich nicht, ich bin nicht leistungsfähiger, ich fühle mich nicht besser. Es bringt mir auch so nichts und zusätzlich muss ich halt noch die erdigen Stoffe, also die Mineralstoffe wieder ausleiten. Deswegen bringt mir das im Moment nichts mehr. Und jetzt habe ich mal so einen kleinen Einkauf gemacht und habe gedacht, zeige ich ihn einfach mal. Aber das sind jetzt erstmal zwölf Gurken, die waren jetzt 44 Cent pro Stück, also 5 Euro oder so. Gurkensaft ist wirklich echt sehr, 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 sehr lecker und sehr, sehr reinigend. Also da würde ich mir wirklich Gurkensaft mitmachen oder auch halt Gurkennudeln oder Gurkenscheiben und dann halt irgendein frutarisches Dressing oder sowas irgendwie drüber. Aber halt alles, was sehr schön einfach verdaulich ist. Ja, dann habe ich vier Paprika, die waren 2 Euro pro Kilo, dürfte 600, 700 Gramm sein. Paprika sind mir eigentlich zu süß mittlerweile, muss ich sagen. Also sie haben genau so viel Zucker wie Süßfrüchte, aber manchmal entsafte ich die ganz gerne, wenn ich keine, oder wenn ich zu wenig qualitative Früchte da habe, was sehr gut passieren kann, besonders in Deutschland, dann entsafte ich mir einfach so ein paar Paprika. Und das ist dann eine ziemlich gute Alternative zu Süßfrüchten, finde ich. Dann habe ich hier, das sieht man nicht gut, ich hole mal eine raus. 2,5 Kilo Conferraus-Bieren, deutsche Bieren. Die Gurkenscheiben sind jetzt aus Niederlande alle und die Paprika auch, aber leider halt noch aus dem Gewächshaus jetzt Ende März. Deutsche regionale Bieren, Conferraus, die sind, wie ihr in meinem letzten Video entnehmen könnt, überhaupt nicht belastet. Also Belastungsstufe 0, wirklich. Wenn ihr auf Deutschland seid und Conferraus die Sorte ist. Dann gehen wir mal weiter, was es schon gab, jetzt das erste Mal Wassermelonen und da jetzt die Apfelsaison auch zu Ende ist, beziehungsweise die Sorten, die alten Sorten, die nicht belastet sind, die im Herbst halt ihre Reifezeit sozusagen haben, die sind jetzt nicht mehr lagerfähig bis jetzt. Und ich habe jetzt auch gemerkt, wie die Äpfel nicht mehr schmecken davon und auch sehr, sehr säuerlich sind und so weiter, komischerweise. Und dann habe ich jetzt einfach mal Wassermelonen geholt, weil jetzt im Angebot waren auch für 1 Euro pro Kilo, das wird sich zum Sommer hin noch auf 50 Cent bis 40 Cent pro Kilo ernährigen, sag ich mal, der Preis. Und für 1 Euro pro Kilo eine Frucht finde ich ziemlich genial, das sind jetzt circa 200 Kilo pro Frucht. Die ist vielleicht etwas weniger, die was mehr. Und eine Melone davon bin ich den ganzen Tag eigentlich satt. Und das sind dann 2,50 Euro am Tag. Also ich esse mir wirklich eine halbe und stehe schon später vielleicht nochmal eine halbe. Sehr, sehr feinstofflich, gefällt mir sehr gut, besonders auch immer ein sehr viel strukturiertes Wasser bekommen, das ist wirklich das qualitativste Wasser überhaupt, natürlich qualitativer, wenn die Bio-Qualität wäre. Da muss man dann insgesamt weniger trinken, also ich habe da auch deutlich weniger Durst. Ich habe aber letzten Sommer festgestellt, dass ich ein bisschen entgiften musste nach den Melonen von Netto, von Aldi glaube ich weniger habe ich in Erinnerung, müsste ich jetzt, aber wollte ich jetzt nochmal neu testen, das ist ja auch ein anderes Jahr und so weiter. Ja, dann habe ich Erdbeeren aus Spanien, die wir auch nicht mehr von Neon nehmen können, sind die aus Deutschland sehr belastet, die aus Spanien gehen zur Not noch. Das ist jetzt so ein Backup-Plan, die werde ich in die Zukunft stellen. Mal gucken, wie lange die sich halten. Die haben jetzt aber leider 4 Euro pro Kilo gekostet, aber das war es mir jetzt wert, so als Bäckerplaner, weil ich Beerenfrüchte allgemein auch ziemlich genial finde und die sind auch relativ mineralstoffreich. Die erden mich wirklich ganz gut, heißen auch Erdbeeren. Dann habe ich ein paar Nashi-Bieren. Die Nashi-Bieren habe ich jetzt neu für mich entdeckt, die kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Einerseits sind die überhaupt nicht belastet, sehen aus Äpfel und kosten zwischen 2 bis 2,50 Euro pro Kilo und die Comfort-Rausbeeren haben auch 2 Euro pro Kilo gekostet. Ist jetzt also nichts wirklich Teures, auch nicht wirklich Günstiges. Das Geile daran ist, dass die wirklich sehr, sehr mild schmecken und sehr wenig Zucker haben. Also die schmecken mir mega gut und ich suche ja momentan immer noch Früchten, die nicht total auf Zucker verzüchtet sind und neben der Papaya findet man da nicht so viel. Besonders nicht in Supermärkten. Die sind zwar dann aus China oder Japan, steht jetzt ja noch Ursprung China. Die werden auch in Deutschland angebaut, aber sind momentan aus Deutschland nicht im Supermarkt erhältlich. Ja, sind aber extrem gute Früchte, mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich noch Tomaten, das ist jetzt das Einzige, wo ich jetzt auch Plastik dabei habe, weil die im Gartencenter, wo ich diese Sachen eingekauft hatte, hatten die, wir haben jetzt Montag und Dienstag gegen die SD-Lieferung und dann habe ich gedacht, ja, dann nehme ich mir statt, das sind Bio-Tomaten. Die werden dann beim Plastik angepackt und dann ist mir eingefallen, ja, ich kann ja auch einfach bis morgen warten für die Diod. Ja, manchmal denke ich auch nicht nach, weil ich so viele Gedanken im Kopf habe auf einmal. Ja, habe ich jetzt halt den Plastik mit, habe aber nur, waren im Angebot, vor 1.30 Uhr jetzt, die 6 Tomaten, Bio-Tomaten, das geht. Also die Wassermelonen, die sind meistens halt, also besonders für die meisten Leute, sehr, sehr gut und Nahts überhaupt nicht belastet. Die Nahtschibieren nicht, die Erdbeeren dürften für die meisten Leute auch gehen, aus Spanien, die Gurken auch, besonders aus Deutschland und Niederlande, die Paprika auch und die Kofferhausbeeren sind auch sehr, die sind auch überhaupt nicht belastet und ich habe momentan halt wirklich fast gar kein Geld. Deswegen habe ich jetzt diesen, ich sage mal, schlauen Einkauf gemacht. Das heißt, ich habe mir halt da wirklich sehr viel auch durchstudiert und sehr viel auch ausprobiert. Ja, ich denke mal, also ich habe jetzt ausgegeben, weiß ich gar nicht, 8, 27, 27 Euro, glaube ich, insgesamt und das wird bei mir auf jeden Fall eine Woche halten. Also wie gesagt, eine Wassermelone einen Tag, nochmal hier zwei Tage, ein Kilo Erdbeeren, vielleicht noch einen Tag, das sind drei Tage, zweieinhalb Kilo normale Bier und noch viel Nashi-Bier dann sind vielleicht nochmal zwei Tage, sind fünf Tage und der Rest dann die ganzen Gurken, Tomaten und Paprika, sind also ungefähr sechs Tage, sage ich mal so. Ist jetzt sogar ein bisschen teurer, als ich gedacht hatte. Also wenn ich mir jetzt noch Bio-Bananen hole, die sind jetzt bei Edeka im Angebot, nur von Edeka mag ich die, da haben die bei uns drei verschiedene Sorten, nur eine davon mag ich, die anderen sind einfach viel zu süß und kann ich überhaupt nicht essen. Die sind jetzt für 1,50 Euro pro Kilo im Angebot, wenn ich mir da jetzt noch drei Kilo hole, morgen werde ich mir wahrscheinlich für zwei Euro das Kilo noch ein paar Bio-Orangen holen im Gartencenter, dann werde ich bei insgesamt 40 Euro sein, komme damit, aber weil ich auch sehr viele Orangen konsumiere und dafür dann sehr viele Kilo holen werde, komme ich dann wahrscheinlich mit 40 Euro dann zwei Wochen rum, das hatte ich so auch ursprünglich ausgerechnet gehabt. Ja und die Orangen und, also die Bananen vom Edeka, das ist auch ein Vorteil, dass die auch nicht eingepackt sind im Plastik und die Bio-Orangen von Gartencenter hier, die sind auch nicht im Plastik eingepackt. Also habe ich jetzt hier nur dieses Holzdingen, da war noch so ein kleines Plastik-Sheet drauf, das habe ich dann wenigstens im Supermarkt gelassen und dann habe ich halt nur das hier als Plastik. Also das ist jetzt so das Beste sozusagen an konventionellen Obst, was ich, oder das Beste an Obst, was ich aus dem konventionellen Anbau und konventionellen Märkten, sozusagen rausholen kann. Momentan zumindest. Ja, das war mein futarischer Einkauf. Ich war gestern Abend, beziehungsweise heute Nacht um 3 Uhr oder halb 3, 18,5 Kilometer laufen in 1 Stunde 19, das ist eine Pace von 4,23. Wenn das jetzt ein Halbmarathon wäre, also noch 2,5 Kilometer mehr, dann wäre das ein Halbmarathon in 1 Stunde 31. Das wäre jetzt zügig gelaufen, aber halt nicht schnell und auch nicht am Anschlag oder so. Aber weil ich halt seit 6 Monaten oder so nicht so lange Läufe gemacht habe, dann hat irgendwann die, die Abduktoren haben dann irgendwann, also hier die Äußeren, die diese Bewegung hier machen, dieses Abstrecken, die haben dann halt irgendwann ziemlich, die waren durchgebrannt, sage ich mal. und danach bin ich nach 4 Stunden Schlaf wieder aufgewacht, war wieder fit den ganzen Tag und jetzt habe ich auch 24 Stunden gar nichts gegessen und nichts getrunken, habe meine Einkäufe gemacht, habe nochmal so Sport gemacht, habe im Vatergarten einen schweren Sessel geholfen zu tragen, ich habe mega Energie, also es hat mich wirklich, der Sport, der generiert einfach Energie wie ein Dynamo und normalerweise von einer guten Einheit katapultiert, ich wollte gerade teleportiert sagen, katapultiert ist, kann man aber auch sagen, katapultiert ist mich so in 24 Stunden Wasserfasten rein meistens, weil ich dann einfach keinen Hunger mehr habe, weil das so viel Energie generiert hat, so viel Lichtnahrung quasi, das ist halt wirklich Lichtnahrung, diese Bewegung unter anderem. Aber die Einheit war wirklich so gut, besonders auch, weil die halt so lange war, dass mich das wirklich in Trockenfasten reinkatapultiert hat, also ich hatte noch nicht mehr mehr Durst. Ähm, ja, das denkt man dann, wenn ich halt Durst habe, oder wenn ich halt Bock habe, irgendwas zu trinken, dann mache ich das heute noch, oder ich würde halt einfach eine halbe Wassermelone essen. Aber wenn ich dann halt was trinke, dann fange ich das auch wieder langsam an, aber dann nochmal so ein, zwei Stunden später trinke ich dann auch ziemlich viel, so einen Liter oder zwei Liter sogar, äh, um dann nochmal die Giftstoffe, die gerade halt sozusagen am, weil man engiftet ja dann beim Trockenfasten sehr stark, und, ähm, die ganzen Giftstoffe werden aber direkt in den Zellen verbrannt, weil halt zu wenig Wasser da ist, um das sozusagen effizient über die Nieren auszuleiten, was natürlich immer noch passiert, aber zu einem geringeren Grade. Und dann plötzlich, wenn man halt aus, ähm, aus dem Trockenfasten rauskommt, das Wasser hinzuführt erstmal, durch das Fastenbrechen, dann ist ja trotz noch die Vergiftung, die Entgiftung, immer noch, ähm, genauso am Laufen, und dann werden die ganzen Giftstoffe wieder über die herkömmlichen, über die konventionellen Wege eingeleitet, also über den Blutkreislauf transportiert, und deswegen trinke ich dann auch wirklich dann so ein bis zwei Liter, und dann geht es mir damit am besten, mich am leistungsfähigsten. Dann denke ich mir, dass ich dann zuerst doch Wasser trinken werde, ein bis zwei Liter, und dann noch eine halbe Wassermelone, oder so. Oder vielleicht esse ich heute auch. Also ich habe jetzt, Moment, ich gucke kurz auf die Uhr. Ja, okay, in einer Stunde habe ich, in einer Stunde und 17 Minuten, habe ich dann 24 Stunden erstmal nichts gegessen, nichts getrunken, und dann gucke ich mal, wie das nachgeführt ist. Ja, das war mein Einkauf, und mein kurzer Bericht zum, frutarischen Lifestyle, weil ich jetzt so drei Wochen mache, also ich muss, also ich schlafe halt wirklich jeden Tag nur vier Stunden, bin fit, und mache halt diesen ganzen Sport, also ich mache jeden Tag jetzt Sport, auch auf Leistung wieder. Und ich muss sagen, ich bin extrem glücklich, allein schon, weil ich die Früchte sehe, wie geil das aussieht, durch die Kamera jetzt ein bisschen weniger, vielleicht, also Wassermelonen, sogar Tomaten, liebe ich total, auch die Erdbeeren sind nicht zu süß, die Wassermelonen, da gibt es halt manche, die sind aufs Düste gezüchtet, besonders auch die Kernlosen, denke ich mal, aber die haben halt so einen hohen Wasserkontent, dass die halt trotzdem feinstofflicher sind, und der Zucker auch ein bisschen halt ausgespart wird, sage ich mal so, einfach weil halt mehr Wasserpartikel, Wasserteile enthalten sind. Die Naschi-Bären sind ziemlich bekömmlich, sogar die Comfort-Rospieren, die Deutschen, sind nicht zu süß, die sind, kann man halt essen, sage ich mal, aber ist halt nicht das Krasseste, ist halt das, was ich halt wirklich noch so essen würde, weil halt auch nicht viel Besseres da ist, und besser als gar nichts essen, sage ich mal, zumindest, also ich bin halt noch nicht da, weil ich überhaupt nichts mehr esse, sage ich mal so, und die Gurken, oder der Gurkensaft, die sind natürlich auch nicht zu süß, das finde ich ziemlich cool. Okay, ich will auch nicht zu viel labern, bis dann, ciao!